hallo zusammen gibt eine kleine news meldung und server wildstar dieses wochenende ist das erste große beta wochenende da können damit machen wenn er diesen beta key kauft also im grunde das spiel hier mit dem beta wochenend zugang ansonsten wer das nicht kauft was allerdings nur 1 euro 50 mehr kostet der kann offiziell erst am dritten sechsten spielen also dauert so ein bisschen ihr bekommt in dem fall den key aber dann zum release pünktlich und könnt euch das dann runterladen wildstar ist ein mmorpg mit bezahlsystem allerdings könnt ihr wohl auch ingame geld verdienen und damit dann euch freimonate kaufen so habe ich dann ungefähr verstanden noch mal zu dem beta wochenende also ihr könnt dieses wochenende durchzocken ist allerdings so eine beta also noch nicht so viel erwarten will ich aber behaupten und genau erst ein 21 dritter das ist sogar heute ist das erste beta wochenende vierter vierter dann die nächsten 18 vierter und dann könnt ihr euch quasi so durchzocken bis zum offiziellen release und mit dem head start key können noch mal drei tage vorher rein könnte ich die ganzen version immer reinziehen das angebot ist es nur noch bis heute abend gültig also noch ganze sieben stunden zehn minuten und es gibt noch 91 stück zumindest von dem natürlich gibt es ja auch noch eine deluxe edition und hier unten sind jetzt nur noch die game cards für 15 tage oder für 30 tage sind es knapp 12 euro aber wie schon erwähnt wenn ihr im spiel irgendwie geld verdienen können quasi da weitermachen mit so irgendwie so aber gut das war meins zu wildstar wer darauf bock hat alles in der video beschreibung und haut rein tschüss